Wissen ist niemals umsonst. Es schadet grundsätzlich nicht, sich dem lebenslangen Lernen freiwillig zu verpflichten. Studien zeigen, dass Menschen geistig und körperlich länger jung und vital bleiben, wenn sie offen für Neues sind und sich eine gewisse Neugier bis ins hohe Alter erhalten können. Viele Lektionen lehrt uns erst das Leben, auf die uns keine Erziehung und keine Schulbildung vorbereiten kann. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, baut also vor. Je detaillierter wir uns auf Überraschungen und Herausforderungen aller Art einstellen können, desto besser. Wir möchten dir in unserem heutigen Video einige Fähigkeiten vorstellen, die du dir unbedingt antrainieren solltest. Du wirst sie garantiert früher oder später sehr gut gebrauchen können. Nummer 1 Das Kommunizieren unserer Bedürfnisse Was wollen wir wirklich? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen, um die Antwort darauf nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist falsch zu denken, dass unser Umfeld hell sehen oder unsere Wünsche erahnen kann. Und es wäre auch unfair von uns, das einfach anzunehmen. Wer nicht klar zum Ausdruck bringen kann, was er möchte, wird mit leeren Händen dastehen oder das Leben eines anderen führen. Nummer 2 Kritisches Denken Gerade angesichts der Flut an Informationen, die uns das Internet in all seiner epischen Breite zur Verfügung stellt, schadet kritisches Denken keinesfalls. Es lohnt sich unbedingt, die wichtigen Dinge lieber noch einmal zu hinterfragen. Leider leben wir in einer Zeit voller Fake News und medialer Täuschungsmanöver. Die gute alte Journalistenriegel – Check, Recheck, Doublecheck – sollten wir uns daher zu Herzen nehmen. Nummer 3 Quellen des Wissens erschließen können Niemand muss und kann alles wissen. Wir sollten aber in der Lage sein, uns rasch und zuverlässig alle Informationen zu besorgen. In Zeiten von Google und Co. sollte das nicht das Problem sein. Allerdings gilt es auch bei den Suchergebnissen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wer lieber auf Menschen als auf Maschinen setzt, sucht Rat bei Zeitgenossen mit Fachwissen oder Lebenserfahrung. Es ist keine Schande, dann und wann eine Expertin oder einen Profi zur Rate zu ziehen. Es gibt sie für alle Lebensbereiche. Kaum ein Thema bleibt hier inzwischen unbehandelt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, frag jemandem nach dem Weg. Außerdem macht es dich Studien zufolge auch gleich noch ein Stück sympathischer, wenn du Wissenslücken rundheraus zugeben kannst. Nummer 5 Dankbarkeit zeigen Sie ist die Basis für Glück oder zumindest Zufriedenheit. Wer niemals erkennt, wie gut ist das Schicksal bereits mit ihm meinte, wird nie inneren Frieden finden. Ein täglich praktiziertes Ritual der Dankbarkeit ist eine Art Garantie dafür, dass die Göttin Fortuna uns weiterhin gewogen bleibt. Wer es besonders gut damit meinen möchte, gibt etwas von dem Glück zurück, das das Leben ihm beschert hat. Eine gute Tat oder eine Spende sind schnelle und wirkungsvolle Gesten der Dankbarkeit. Win-Win-Effekt inklusiv Nummer 6 Schriftlich kommunizieren Auch wenn nicht jeder Mensch täglich dazu gezwungen ist, formale Korrespondenz zu betreiben, schadet Basiswissen dahingehend nicht. Es reicht, sich ein paar höfliche und sachliche Formulierungen anzueignen, die man im Kontakt mit Ämtern, dem Vermieter oder den Wasserwerken immer gut gebrauchen kann. Kaum jemand entkommt im Laufe seines Lebens dem Dialog mit Behörden oder anderen Autoritäten, die am liebsten alle schriftlich haben wollen. Nummer 7 Immer am Ball bleiben Disziplin ist ein notwendiges Übel, aber auch eines der ultimativen Erfolgsgeheimnisse der Reichen und Schönen. Wer immer sofort aufgibt, sobald es schwierig oder unbequem wird, wird den Gipfel des Erfolges nie erklimmen können. Keine Ausbildung ist von Wert, wenn sie nicht durch einen Abschluss gekrönt ist. Wir sollten in kleinen Dingen üben, was uns in den großen Fragen des Lebens weiterbringen wird. Vorschnelles Hissen der weißen Flagge jedenfalls ist kein Garant für Ergebnisse. Nummer 8 Zu wissen, wann man die Klappe halten muss Hier ist soziale Intelligenz gemeint. Es kann in manchen Situationen nahezu lebensrettend sein, einfach still zu sein und die anderen reden zu lassen. Außerdem garantiert der sparsame Umgang mit Wortspenden, dass diesen so mehr Gewicht beigemessen wird. Netter Nebeneffekt? Schweigsame Menschen umhüllt immer eine Aura des Geheimnisvollen. Nummer 9 Komplimente und Kritik annehmen Beides wird uns passieren, beides sollten wir mit Haltung und Anstand ertragen können. Die perfekte Antwort auf ein Kompliment lautet übrigens Danke. Bei Kritik darf gerne nachgefragt werden. Vielleicht ist der berechtigt. Nummer 10 Im Moment leben Achtsamkeit ist das Gebot der Stunde, aber bei weitem keine neue Erfindung. Neu hingegen ist die Erkenntnis, dass uns das lange Jahre hindurch gepriesene Multitasking, wenn überhaupt, dann in ein frühes Grab bringt. Sich auf den Augenblick zu fokussieren, stärkt unsere Resilienz und unsere Produktivität gleichermaßen. Nummer 11 Verhandeln Du musst nicht zum ultimativen Businesswoman oder Man mutieren. Doch gediegenes, höfliches Feilschen zu lernen oder zumindest ganz charmant einen Versuchsballon in diese Richtung zu starten, kann dir im Laufe deines Lebens eine Menge Geld sparen. Nummer 12 Verantwortungsbewusstsein Ja, es ist nicht schön, aber jeder Mensch, der den Kinderschuhen entwachsen ist, trägt Verantwortung. Das Maß werden wir bis zu einem bestimmten Grad selbst entscheiden können. Doch die Tatsache an sich ist leider nicht verhandelbar. Nummer 13 Sprechen in der Öffentlichkeit Der Albtraum vieler und die Bonne einiger weniger Menschen ist das Reden von einer größeren Gruppe. Auch wenn es unser Job vielleicht nicht erfordert, das Leben kann uns sehr wohl vor diese Aufgabe stellen, etwa auf Hochzeiten oder Beerdigungen. Besser, du freundest dich mit dem Gedanken daran an. Der Moment für deinen großen Auftritt wird kommen. Nummer 14 Behalte deine Ausgaben im Blick Je früher du ein Gefühl für Geld entwickelst in deinem Leben, desto besser. Eine Kreditkarte ist manchmal nützlich, kann hier jedoch schnell von deiner liebsten Freundin zu deinem schlimmsten Feind mutieren. Der Zeitraum zwischen Kaufrausch und dem Eintrudeln der ernüchternden Abrechnung ist gerade lange genug, um viele Posten bereits erfolgreich verdrängt zu haben. Führe, falls nötig, ein Einnahmen-Ausgabenbuch. Nummer 15 Eine neue Sprache lernen Es zahlt sich immer aus, in einer fremden Sprache zumindest marginal kommunizieren zu können. Ob für den Urlaub oder aus reiner Lust an der Freude, das Erlernen einer neuen Sprache ist niemals vergeudete Zeit. Du wirst schon bald feststellen, dass sie dir nicht nur die Grammatik, sondern auch die Kultur und die Menschen dieses Landes näher bringt. Nummer 16 Entscheidungen treffen Eine der wichtigsten Fähigkeiten im Leben betrifft das Abwägen von Pros und Contras, um letztendlich zu einem Entschluss zu gelangen. Das kann minimale Kaufentscheidungen ebenso betreffen wie große Herzensangelegenheiten. Meistens wäre der größte Fehler nicht zu tun. Wer zu lange damit wartet, hat leider oft schon verloren. Unser heutiges Fazit Lerne lieber lebenslänglich Wäre die Vorstellung nicht wunderbar, dass wir uns bis zum Tag unseres Todes ständig weiterentwickeln können? Wir wachsen selbst im hohen Alter noch täglich über uns hinaus und schlagen so den gefürchteten Gedächtnislücken und sogar Krankheiten wie Demenz ein Schnippchen. Das Lernen ist eine Sache, die wir gar nicht hoch genug schätzen können. Mit jedem Aha-Erlebnis stärken wir unsere Problemlösungskompetenz. und unser Erfahrungsschatz wächst. Alles richtig machen im Leben wird niemand. Nicht allzu viel falsch zu machen hingegen, ist ein durchaus realistisches und absolut erstrebenswertes Ziel. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald! Wissen ist... Ich bin auf der Videobeschreibung.